Einschreiben, ich mache am liebsten eigentlich eine extra Funktion, sodass das Ganze nicht zu chaotisch wird. Das heißt, wir fangen jetzt an, sagen Set Java Crash, funktioniert sehr zuverlässig. Und dann probieren wir das Ganze halt nochmal. Wir wollen die Set Button heißt und die wird dann entsprechend hier angemosert, weil wir keine Funktionen entsprechend haben. Wir klicken also drauf, er kreiert das Ganze und dann können wir großartige Regenbogen kotzen.